Schreckenwalds Rosengarten von Jakob und Wilhelm Grimm Unterhalb Mölk in Österreich, auf dem Hohen Ackstein, wohnte vor Zeiten ein furchtbarer Räuber, namens Schreckenwald. Er lauerte den Leuten auf, und nachdem er sie beraubt hatte, sperrte er sie oben auf dem steilen Felsen, in einen engen, nicht mehr als drei Schritte langen und breiten Raum, wo die Unglücklichen für Hunger verschmachteten, wenn sie sich nicht in die schreckliche Tiefe des Abgrundes stürzen und ihrem Elend ein Ende machen wollten. Einmal aber geschah es, dass jemand kühn und glücklich springend auf weiche Baumäste fiel und herabgelangte. Dieser offenbarte nun nach vollbrachter Rettung das Raubnest und brachte den Räuber gefangen, der mit dem Schwert hingerichtet wurde. Sprichwörtlich soll man von einem Menschen, der sich aus höchster Not nur mit Leib und Lebensgefahr retten mag, sagen, Er sitzt in Schreckenwalds Rosengärtlein. Eine von Pisturm